Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Heute haben wir wieder eine Menge vor uns. Ich habe die die Katastrophengebiete hier noch nicht wieder aufgebaut. Ich habe einiges vorbereitet. Es fehlen halt nur noch so Standardressourcen wie Stahl oder Holz um die halt reparieren zu können. Da, Chemikalien, Bretter habe ich schon vorbereitet, Holz, Stahl, Stahl, nochmal Stahl. Also es fehlt eigentlich nur noch Stahl. Dann werden wir einige goldene Schlüssel bekommen. Wir werden uns hier beim Kragen eine neue Waffe kaufen, nämlich den Disco-Twister. Ich weiß nicht, ob wir den schon auslösen können. Ja, können wir dann mal gucken. Hier haben wir übrigens was freigeschaltet. Ich habe 400 Kriegssimoleons. Ich habe einige schon ausgegeben. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ja, ich habe es getan. Also die eine Schiffsschraube gibt es schon und diese Kneifzange auch. Wir brauchen zwei Schiffsschrauben und eine Kneifzange. Und was war dann noch? Ach ja, ein Megafon. Ein Megafon, das haben wir glaube ich hier. Das habe ich leider noch nicht vorbereitet. Es dauert nämlich eine ganze Weile dieses Brot herzustellen. Ich habe irgendwie keine Lust drauf. Auf jeden Fall werden wir die Katastrophe für heute freischalten. Und ja, natürlich eine ganze Menge Punkte absahen. Ich würde sagen, verdienen sie sich Simoleons. Das machen wir zuerst. Und ja, ich habe aus Versehen schon einiges eingesammelt. Aber ich meine, 4.700, das ist halt schon einiges. Hier habe ich auch noch einiges vorbereitet. Ich habe ziemlich viele Sachen, teure Sachen hergestellt und verkauft. Und ja, es reicht noch nicht. Okay, gucken wir mal noch. Okay, 3.500 fehlen noch. Wir gucken, ja, wir gucken mal bei Heinz vorbei, ob er noch irgendwas Wertvolles zu verkaufen hat, was wir dann nochmal teurer verkaufen können. Und ansonsten habe ich noch einiges vor. Bergbereich erweitern, natürlich die Katastrophengebiete zu machen. Den Kuchen werde ich, dieses Brot werde ich nicht verkaufen. Könnte ich gut gebrauchen. Dann bin ich auf den Aufnahme-Bänden-Knopf gekommen. Also, wo war ich gerade? Achja, wir werden die Katastrophengebiete aufbauen. Wir werden ein Frostfjordgebiet ausbauen. Wir werden noch eine Katastrophe machen. Wir können den Wutturm ausbauen. Also, ist ziemlich viel dabei. Vielleicht machen wir auch nochmal rein in Exportzentralen. Und dann erstmal nichts. Also, das Brot lassen wir erstmal. Käsekuchen mit Kirschen verkaufen wir. Die Sahne auch. Und die Farbe, auch. Mal gucken, wie schnell das verkauft wird. Wir können ja mal hier noch gucken. Nein. Achja, ich glaube, warte mal. Können wir hier? Nein. Nein. Achso, hier. Ja, hier werden wir auch noch einen Stadtbereich erweitern. Also, die Folge wird voll sein, voller Sachen. Und ich hoffe, ihr hört das nicht im Hintergrund. Es wird gesaugt. Ja, kann ich leider nicht so ganz ändern. Irgendwann muss man ja mal saugen. Und ich suche verzweifelt ein Ort, wo ich schnell Geld noch kriegen kann. Wo ich einfach so Rohstoffe verkaufen kann. Da zum Beispiel. Drei Mineralien. Eins, zwei. Einfach so, um ein bisschen Geld zu bekommen. Verkaufen. Fehlt immer noch eine Menge. Die beiden wurden wenigstens schon verkauft. Aber natürlich nicht das, was ich noch brauche. 15.400. Ah, toll. Gibt es noch irgendwas wertvolles, was wir verkaufen können? Ne, die Wu-Sachen will ich nicht verkaufen. Komm, verkaufen einfach drei davon. Weil die anderen sind so niedrig, ich kann damit überhaupt nichts anfangen gerade. Die sind bestimmt schnell weg. So, dann haben wir das hier noch, das hier noch. Machen das noch weg. London Roof. Londoner Busbahnhof können wir noch nicht machen. Big Ben auch nicht. Fünf Katastrophen auslösen. Ja, dann fehlen ja nur noch zwei. Und, ah, Arctetriumph und Eiffelturm. Können wir beides noch nicht bauen. Gut, dann hätte ich jetzt eigentlich erstmal nichts mehr. Das hier können wir nochmal entfernen. Natürlich braucht man zweimal Brot. Ein Mehl und einmal Bretter. Okay. So. Mehl, Mehl, Mehl. Dazu brauchen wir das. 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 Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Keine Ahnung. Ah, nochmal Stoff. Dann holen wir uns nochmal Stoff und machen nochmal Mehl. Dann brauchen wir noch ein Brett. So. Und noch ein Brot. Sahne und zweimal Mehl. Ach Gott. Ich habe gerade Sahne verkauft. Dann machen wir erst die Sahne. Die Sahne ist hier. Oh. So. Und das hier ist voll. Und mein Stadtlager ist auch voll. Ach ja. Gut, dann müssen wir nochmal was verkaufen. Das wurde inzwischen auch verkauft. Warum haben wir dreimal Gemüse? Achso. Ja. Okay. Viermal Plastik. Wer braucht das schon? Kippt es einfach ins Wasser. Mein Spaß. Plastik sollte man nicht ins Meer machen. Das ist nicht gut für die Fische. Hier war nochmal Stoff und hier nochmal. Okay. Ähm. Ich glaube, jetzt wird es langsam mit dem Saugen zu laut. Wir machen kurz einen Cut. Bis dahin habe ich das Geld drin. Genau. So Leute. Der Käsekuchen wurde verkauft. Und dann habe ich nochmal Lagerstangen verkauft. Wäre nicht nötig gewesen, aber habe ich. Und beanspruchen. So. Dann würde ich als nächstes Bergbereich erweitern machen. Weil das mir dann Platz bringt. Erweitern. Und beanspruchen. Und beanspruchen. Ah. Verdienen sie sich Simulian. 20.000. Könnte ich morgen vielleicht machen. So. Danach. Vielleicht Frostfjordgebiete. Ich weiß. Dazu brauche ich noch ganz viel Holz. Was ich gerade komplett ausgesaugt habe. Und dann nicht mehr nachproduziert habe. Und dann nicht mehr nachproduziert habe. Also wenn ich aufnehme, ist sie nervig. Wenn ich nicht aufnehme, ist sie nützlich. Ich habe es noch nicht akzeptiert, oder? Nein. Okay. Dann können wir so lange Katastrophengebiete neu aufbauen. 0 von 3. Ich mache 4. Weil wir danach noch eine Katastrophe auslösen. 1. 2. 2. Nein. Das war das Falsche. 2. Nein. 5. 5. 5. 5. 6. 6. Und so. Und so. Wohngebiete ausbauen. Okay. Wo sind wir denn gerade bei den besten Listen? 14. Platz. Wow. Okay. Okay. Dann brauchen wir noch Holz. Holz in einer Minute. Export zentralen Bänden. Katastrophen auslösen. Wutturm. Ausbau. Wutturm Stufe 8. Jetzt geöffnet. Alien Invasion Level 2. Geht leider nicht. Okay. Tornado. Das geht auch. Nur Alien Invasion Stufe 2 geht nicht. Na vielen Dank auch. Ja gut. Ich mache das. 1. 2. 3. Okay. Nein. Nicht die Pariser Gebäude oder die Londoner Gebäude. Nein. 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 Lass sie in Ruhe. Ja. Nimm die Hochhäuser. Aber nicht die Londoner Gebäude. Ein Tornado am Wasser. Stark. Ich wäre jetzt nicht gerne am Strand. Okay. Ich habe wieder die Probleme mit dem Drehen. Katastrophen auslösen. 1 von 1. Katastrophengebiete neu aufbauen. 0 von 3. Okay. Jetzt geht's. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Und dann geht's wieder. So. Holz. Ich glaube, ich brauche 7. Ich habe 8. Okay. Dann. Akzeptieren wir das hier mal. Frostführtgebiete. Und gehen dann mal rüber. So. Ne. Das hier war's. Verbessern. Das andere wird noch hergestellt. Okay. So. Dann hätten wir das auch. Wir sind ja richtig produktiv heute. Eine Lieferung nach London abschließen. Ich könnte morgen direkt noch eine Folge machen. Aber ich glaube, eine Folge pro Woche reicht schon. Ich meine, vor kurzem hatten wir, nach dem Ferien halt, hattet ihr einige Folgen schon bekommen. Und ja, das war dann erstmal genug. Rein in Exportzentralen beenden. Ach. Ja. Vielleicht. Gleich. Möglicherweise. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ja. So. Hier fehlt nur noch das Mehl. Und das Mehl. Wie lange braucht das Mehl noch? 10 Minuten. So. Ein Nagel ist übrig geblieben. Okay. Warum auch immer. Ein Brot brauche ich, eine Sahne, ein Brett. Brot, Sahne, Brett. So. Brett wird hergestellt. Brot und Sahne. Sahne wird auch hergestellt. Okay. Und Brot auch. So. Ja. Ich glaube, da machen wir noch rein in Exportzentralen beenden. Dann gehen wir mal gleich rüber. Ja. Dann gehen wir jetzt rüber. Lieferung starten. Okay. Drei Tierfutter, Textilien, dreimal Gras. Drei Tierfutter, zwei Textilien, dreimal Gras. Dann sammeln wir das alles mal zusammen. Davon haben wir schon mal nicht genug. Textilien haben wir auch nicht genug. Und davon natürlich auch nicht. Grandios gescheitert würde ich sagen. Ah. Ja. Gut. Dann mache ich jetzt hier einen 10-minütigen Cut. Bis dahin ist das Mehl fertig. Bis dahin sind die Samen hier fertig. Das hier werde ich wahrscheinlich durch eine Werbung fertig machen. Und das hier auch. Ja. So lange können wir ja noch hier kurz die Maßbände herstellen, die auch noch nicht fertig sein können. Doch. Doch, doch. Das kann man wenigstens noch machen. Das waren noch zwei, oder? Ja. Zwei. Viermal Stoff. Okay. Drei Schaufeln können wir auch schon herstellen. Einmal quer durchgehen. Eins. Zwei. Kein Plastik mehr. Und ich sehe schon, das wird wieder so eine mega lange Folge. Ja gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in knapp 10 Minuten wieder. Vielleicht auch 15. Weil ich das ja auch noch herstellen muss und so weiter. Bis gleich. An der Stelle, Leute, mache ich jetzt einen Stopp. Ja, das Video ist vorbei. Es liegt daran, ich habe fast eine Stunde nur sind wir im City Build It aufgenommen. Und ich will euch das nicht zumuten, eine ganze Stunde eine Folge zu gucken. Deshalb habe ich das aufgeteilt in zwei Teile. Und ja, das ist jetzt das Ende dieser Folge. Die zweite Folge wird relativ zeitig danach wieder onkommen. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.